Ehe Ehe Battlefield 4 Pistol Ehe Äh ne ich meine noch nicht aber Ja also spielen wir jetzt ganz normal oder wie Schalke? Ne Wichser! Ne mit Pistole Ehm nur mit Pistol Ey was macht dieser Jani Schalke Oh ne Ja Frag ihn halt ob er gehen kann Jani Schalke das bin ich aber nicht Ich weiß Ja echt jetzt? Boah Südgeist Oh lol Oh der Ballern hat richtig gemacht Ja hab mir grad aufgefallen Hä was ich jetzt eigentlich nur Warte warte nicht mal auf mich Ballern ich bring ihn mal eben um Au Oh fuck ist es Oh sorry Fruity Ich dachte wo ist denn der Typ? Der ist bei dir ein Team AHHHHH Ich hab ihn kommt LOL Ehe was? Guck mal du neigst mich so von vorn gell Ich neigst so einfach oben drüber Ey bei den Aufzügen Leute oben bei den Aufzügen Ich glaub ihm jetzt hinterher aber ihr dürft nicht spielen Hallo habt ihr dem geschrieben? Nein Ja aber er hat keinen Bock anzuhalten Zu antworten Fuck das war ja nichts Ja das ist nicht so leicht zu bestimmen weißt du? Jetzt kann der sich bitte mal verpissen Ach man wer schießt mich denn schon wieder mit seiner Mainwaffe an alter? Das war ich ich hab dich mit der Compact für 40 geschüttet Nein nicht Ich hab davor nämlich noch Schaden bekommen Ja das war ich von meiner Pistole Ey sind Granaten erlaubt? Loll Äh ne Gadgets und so also so Sachen wie äh Nein 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 Och komm Äh Das ist ein Hashtag Ja Okay Also ich hab 05 Ja toll 1 06 Aber Ja aber So schlecht einfach So Sachen wie Munitionskiste und so weiter auch Äh Natürlich Jetzt ist hier eine Munition Aber ähm So Granatwerfer und so lassen wir mal weg ne Das ist einfach so schlecht Jetzt haben wir auch nen Randy drin Jetzt ist wenigstens ausgeglichen Ja Hast du nochmal Voice Chat? Halt Äh du hast nur deinen Defibrillator da Boah super Wie heißt der andere nochmal? Der mit Schalke und üh Unika 6 I got the right kid over there Uwöhöhöhö Möööööf